So wie die aussehen, hätten die letztes Jahr in der ersten Staffel von Ninja Warrior Germany Kids mitmachen können. Stimmt, aber sind doch ein bisschen schneller unterwegs als die Kids, wobei die Kids waren bockstark im letzten Jahr. Jetzt könnte es ja sein, dass sie sagen, ah guck mal der 19-Jährige gegen den 19-Jährigen, das denkt man sich doch aus, das schreibt man auf dem Papier. Das ist wirklich ausgelost. Wir haben das ausgelost vor der Sendung. Wir selbst, Laura, Buschi und ich, haben die Lostrommel gerührt. Aber komm, lass uns dranbleiben hier, lass uns dranbleiben. Ja, boah. Dönekes erzählen, Philipp ist knapp vorn gegen Leon, aber da ist noch längst nichts entschieden. Gleich auf, nahezu gleich auf, jetzt geht es über die Chaosbälle, Leon mit der knappen Führung. Und jetzt ab an das Riesenrad Nummer 1 für Leon und jetzt auch ab ans Riesenrad. Ah, der hat Probleme und Eingriff. Abwarten, abwarten. Philipp hat da den Fehler gemacht. Philipp hat an dieser Stelle den Fehler gemacht, der ihn wahrscheinlich, ah, das Finale kostet, beziehungsweise die nächste Runde, Finale ist das ja eh schon. Ja, und er hat auch... Oh, 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 jetzt ist die Chance wieder da. Nein, nein, nein. Jetzt ist die Chance wieder da. Die Chance ist da. Die Chance ist da. Das gibt's doch nicht. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Ich schaffte beide an der Wand. Das gibt's nicht. Und jetzt macht's doch noch Philipp gedacht. Was ist denn das? Was ist denn das? Leon. Das kann nicht sein. Leon, 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 Leon. I feel it in my head. My shoulders, knees and toes. My bones, you mute. It gets me through the eyes and lost. My head, my shoulders, knees and toes. My bones, you keepin' me from feelin' all alone.